Fortnite hat Hacks hinzugefügt. Wenn du zum Beispiel den Bewegungsmodulator benutzt, dann zum Wasser gehst und respawnst, wirst du extrem schnell und wirst auch in der Lage sein, so schnell zu schießen. Wenn du dann respawnst, benutzt einfach nochmal den Bewegungsmodulator. Schaut out an diese Kollegen hier. Möchtest du ein Shoutout haben, dann abonniere diesen Kanal.